hallo und herzlich willkommen zu neuen von kill the background nummer 17 und das ist leider schon die zweite aufnahme die erste aufnahme irgendwie ja leider zu schottet ist keine ahnung irgendwas hat hier wohl einen knappsturz während aufnahme es geht hier um freddy und der ist in texas und jetzt schauen wir uns mal hier an sie mal wie diese idioten hier autos geparkt haben wenn es nach mir ging hätte nicht mal eins in der idee freddy ist ein serienmörder der ein einzig stehendes verlassenes haus bewohnt augenzeugen unter den örtlichen fahren berichten dass er stets eine maske trägt angeblich hat er schon fünf gruppen studentinnen massakriert die sich in der nähe seines heims verirrt haben jedes mal lief die geschichte ausgleich hinaus die gruppe trennte sich und die hübschen studentinnen wurden von einem nach und eine nach dem anderen nieder gemacht willst du auch freddy teil 17 warten oder endlich was unternehmen ja wir sind auf teil 17 aber gut wir werden mal schauen wie es hier geht wir haben hier zwei kameras die eigentlich alles hier sehen haben hier autos geparkt sind ich habe festgestellt vorhin dass wenn ich die starte oh scheiße ja dass er sich nicht mitkriegt wenn ich die starte das hatte ich das hat das hatte ich ah nee jetzt konnte ich die kamerle nicht ja aber das versuche ich zu gewollt zu wollen das hätte ja eigentlich fast geklappt also ich habe eine druckwelle hier die kamera die sieht ich auch da aber wieso hat die kamer nicht reagiert haben wir alles geschafft oder es hat sogar blut geblutet hier schau mal hat vor allem die wand geklatscht so eine andere pressluft hammer würde ich sagen pressluft hammer mäßig gut ich denke wir haben unseren stern geholt zuerst wenn wir alles vergossen haben wir auch null ich habe blut vergossen ja da haben wir immerhin die vision geschafft ich muss gestehen ein bisschen schneller als vorhin weil ich hatte vorhin noch ganz andere sachen versucht er hat ein paar mal auch das auto gesehen wenn das auto zum beispiel los gefahren ist die sichtweiter gebrannt hat er hatte schon untergerochen ist weg gerannt es ist immer doof wenn man ein zweites mal aufnehmen muss es ist dann nie so lustig wie das erste mal oder weil man halt schon weiß wie es ungefähr funktioniert auf jeden fall bedanken wir fürs zusehen wenn es euch gefallen hat lasst mir einen like da und da sehen wir uns bei der nächste folge wieder John Doe John Doe John Doe John Doe John Doe Oh ja und dann schauen wir was es mit dem was es mit dem da gibt können lustig werden und wir haben jetzt hier sogar ein neues Bonus Level freigeschaltet wütende Hunde das werden wir dann auch mal nachschauen ich denke vielleicht sogar werden wir die erst am Schluss dann noch anspielen oder eine wichtige Folge ziemlich kurz war wobei sind ja alle ziemlich kurz aber trotzdem soll ja spaß machen und nicht langweilen ebenfalls ich danke nochmal fürs zusehen und danke vielmals bis zum nächsten mal bis dann tschüss